Viele haben mich gefragt, was ist mit der Dash-Position passiert? Wie geht das jetzt weiter? Was habe ich damit gemacht? Wie viel Prozent in Minus bin ich? Und genau auf diese Fragen antworte ich in diesem Video und zeige meine komplette Dash-Position. Also erstmal zu Dash. Dash ist nicht tot und entwickelt sich weiter. Vor ein paar Tagen ist ein Bericht über DAO rausgekommen von Cointelegraph und DAO heißt Dezentralisierte Autonome Organisation. Das heißt, es gibt kein Chef, der oben sitzt und alles überwacht, der das ganze Unternehmen auch schließen kann oder verkaufen kann. Das ist halt Dezentral und jeder, der so Masternodes besitzt, kann auch mitentscheiden. Und halt in diesem Bericht geht das auch über Dash. Und die sagen, also Goldstandard von DAO ist Dash. So und das Dokument habe ich auch hier. Das ist hier das erste Dokument. Also ganz allgemein geht das über DAO. Wie sich das entwickelt hat mit DAO 1.0, 2.0. Dann kam Dash dazu und so weiter. Das kannst du dir alles, kannst du dir hier alles durchlesen. Kannst du, also hier siehst du auch die Zusammenarbeit. Wie sich das, wie das alles zusammenhängt im DAO 2.0 oder jetzt auch 3.0. Und hier steht halt Goldstandard ist Dash. Also nach wie vor, der hat sich bewiesen, hat das jetzt ganz allgemein über DAO. Und dann gibt es hier auf Seite 8 einen Link auf dieses Dokument. Das habe ich hier übersetzt. Also warum investieren Kryptofonds in Dash? Und hier ist es auch sehr, also hier sind 84 Seiten nur über Dash. Hier kannst du halt alles rauslesen, was du eigentlich wissen musst über Dash. Also wie zum Beispiel die Dash-Vision, Masternodes. Wie kann man so eine Masternode machen? Was verdient man damit? Was ist Dash? Dash im Vergleich zu Bitcoin. Investments und alles, alles. Wie gesagt, 80 Seiten, auch mit Prognosen später, 80 Seiten über Dash. Bitcoin ist digitales Gold und Dash ist digitales Bargeld. Ja, also hier kannst du wirklich alles nachlesen. Wie die sich weiterentwickeln, wie viele Nutzer gibt es täglich, wie viele Menschen bezahlen damit und so weiter und so weiter. So, hier die Vision von Dash. Das hier ist zum Beispiel auch sehr interessant. Was stecken die monatlich in Entwicklungskosten? 2015 waren das 32.000 Dollar und 2021, ja das war der Peak, aber trotzdem 1,5 Millionen Dollar pro Monat einfach in die Entwicklung von Dash. Dash. Also es entwickelt sich weiter. Das ist die Roadmap, was haben die bis jetzt gemacht, was haben die noch alles vor bis 2023 und im Dezember dieses Jahres kommt die neue Roadmap für dann 2023, 2024. Ja, also wenn du up to date bleiben möchtest, dann guck einfach auf die Dash-Seite, da steht alles beschrieben. So, dann das hier zum Beispiel, Dash-Direct. Das funktioniert hier in Deutschland leider nicht, aber zum Beispiel in Amerika kannst du das nutzen. Einfach über die Dash-Wallet ganz normal bezahlen, also mit Dollar. Das wird konventiert und dann kannst du, als ob das eine ganz normale Mastercard oder Visa-Card ist, kannst du damit bezahlen. Geht auch super einfach und wird auch täglich benutzt von mehreren tausend Nutzern. Du kriegst auf Cashback und so weiter. Ja, das war jetzt ganz kurz zu Dash und jetzt sehen wir meine Position in Dash. Ich habe Stand heute 116,7 Dash. Das ist meine gesamte Dash-Position und diese hat jetzt einen Wert von knapp 5.000 Dollar. Ja, es war deutlich mehr. Es war auch über 10.000, aber jetzt ist es halt bei 5.000. Ich glaube immer noch nach wie vor an Dash und denke, dass Dash uns später alle ganz, ganz doll überraschen wird. Trotzdem habe ich zwei Riesenfehler gemacht mit Dash, aber dazu kommen wir etwas später im Video. Also, zu der Frage, was habe ich jetzt an Miese gemacht mit Dash? Das kann man jetzt schlecht beantworten, denn du musst auch die Vorgeschichte wissen. Klar, also Stand heute ist es minus 50 oder 60 Prozent im Minus, das was du hier siehst. Aber im Jahr 2018 bis 2019 habe ich 5 Ethereum gekauft in einem Durchschnittspreis von 200 Dollar. Ungefähr so 200, 220, 250 vielleicht maximal. So, und Ethereum habe ich dann bei 3.000 und 3.800 verkauft. Ich glaube, drei Stück bei 3.000 und zwei Stück bei 3.800 Dollar. Und diesen Gewinn, ich habe ja schon Riesengewinn gemacht mit Ethereum und diesen Gewinn habe ich halt in Dash gesteckt. Weil zu dem Zeitpunkt war Ethereum fast täglich neue Alltime Highs gemacht. Der war ganz, ganz oben. Und Dash war ganz, ganz unten im Vergleich zu dem, wo sein alter Alltime High war. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, Ethereum, was schon extrem gewachsen ist, in Dash umzutauschen, was noch fast gar nicht gewachsen ist zu dem Zeitpunkt. Es war ja auch richtig soweit. Und wenn man das Ganze so sieht, dann habe ich theoretisch gar kein Minus auf mein eingezahltes Geld. Das ist jetzt ein Minus von dem reinvestierten Geld. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass ich zwei große Fehler mit der Dash-Position gemacht habe. Das hat jetzt weniger was mit Dash zu tun. Das hat einfach mit Risikomanagement zu tun und mit meiner Vermögensallokation. Das ist mir später eingefallen, weil ich bin ja auch ein Mensch. Ich entwickle mich fast täglich weiter. Ich wachse, ich mache Fehler, lerne daraus und mache diese Fehler nicht wieder. So, und wenn du mich schaust, dann weißt du, dass ich dieses Video gemacht habe. Meine wichtigste Erkenntnis beim Investieren. Nie wieder Geld verlieren. Ja. Und genau hier habe ich diese selbstgebaute Excel-Tabelle vorgestellt, die du auch unten in der Videobeschreibung findest, unter diesem Video. Hier erkläre ich, wie so eine Vermögensallokation funktioniert und wie die Gewichtung sein sollte nach deinem Bauchgefühl. Wie möchtest du deine Allokation haben? Ich habe das dann für mich gebaut, geguckt. Wie möchte ich das haben? Habe dann die ganzen Werte eingetragen, wie Bitcoin, Ethereum, Aktien, ETFs, Cash, alles Mögliche. Und habe festgestellt, dass meine Dash-Gewichtung ist viel zu hoch. Meine Dash-Gewichtung ist irgendwie bei 15% oder auf jeden Fall über 10%. Und hier möchte ich maximal 40% von den ganzen Coins halten. Und Dash macht halt alleine schon 10% davon aus. Und das ist viel zu viel. In diesem Bericht, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ich glaube hier irgendwo, steht auch, wie viel Prozent Allokation sollte man in Dash halten. Und hier steht auch so 3 bis 5%, das ist gesund. Das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber irgendwo stand hier, dass so 2 bis 5% im Portfolio, das ist gesund und man kann auf jeden Fall Dash halten. Irgendwo steht das hier oben. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt über 10% Dash. Und das finde ich falsch. Das war nicht richtig. Hätte ich diese Tabelle früher gehabt, hätte ich diesen Fehler nicht gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, schau dir dieses Video nochmal an, ganz genau. Und trage deine Werte hier ein. Dann siehst du auch, ob bei dir alles stimmt oder vielleicht ist da auch so von der Gewichtung was falsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das verstehst, dann wirst du nie wieder Geld verlieren an der Börse. Weil du investierst dann in ETFs, in Aktien, in sichere Coins und nicht mehr so viel Geld in Shitcoins. Wenn du zum Beispiel hier 10.000 hast, dann rechnet die Tabelle automatisch, wie viel Geld darfst du maximal in Shitcoins stecken, in spekulative Aktien, IPOs, ICOs und so weiter. Das ist echt, echt hilfreich, so eine Tabelle zu haben. Ja, und hätte ich das damals berechnet, dann würde mir die Tabelle zeigen, hier zum Beispiel bei 10.000 Invest, ich darf maximal 800 in gute Coins stecken. Und Dash ist bei mir auch einfach hier mittig. Das ist ein guter Coin. Das ist kein Top Coin, aber das ist ein guter Coin. So, und das habe ich halt damals nicht gewusst oder ich war, keine Ahnung, euphorisch. Ich wollte diesen Gewinn wiederholen, was ich mit Ethereum gemacht habe. Und das ist auch dann schon Fehler Nummer 2. Und diesen Fehler erkläre ich hier ganz, ganz genau. Warum du immer an der Börse Geld verlierst. Börse gleich Casino, ja, auch dieses Titelbild. Und hier, das ist ein spezieller psychologischer Effekt. Das hat ganz bestimmten Namen und das erkläre ich in diesem Video. Und als ich das Video gemacht habe, als ich die ganzen Informationen zusammengesucht habe, ist mir eingefallen, aha, genau diesen Fehler habe ich bei Dash gemacht. Und zwar, was ist passiert? Ich habe für 250 oder bei einem Kurs von 250 Ethereum gekauft. Der ist auf 3.000 hochgeschossen. Ich habe eine mega Rendite gemacht und wollte diesen Erfolg wiederholen. Das heißt, ich habe das Geld, was ich da Gewinn gemacht habe mit Ethereum, einfach in Dash reinvestiert. Klar, ich habe auch was ausgezahlt. So schlau war ich schon mal. Aber einen großen Teil vom Gewinn habe ich in Dash reinvestiert. Und das war viel, viel einfacher, als mein eigenes Geld in Dash zu stecken. Und genau das ist halt der psychologische Effekt. Aber wie gesagt, schau dieses Video an. Das ist extrem, extrem wichtig. Ja, wenn du das hier checkst, wie unser Kopf funktioniert und dass unser eigener Kopf nicht der beste Helfer ist beim Investieren, dann bist du auf jeden Fall schon ganz, ganz weit vorne. Genau, und das war halt der zweite Fehler. Ich habe Geld, also die Gewinne reinvestiert und das war deutlich weniger oder das hat sich deutlich weniger riskant angefühlt. Ja, weil eigenes Geld, ich hatte niemals 10.000 Euro oder Dollar eigenes Geld, verdientes Geld in Dash in eine Position gesteckt. Das ist für mich viel zu hoch. Ja, und das war halt der Fehler Nummer zwei. Also einfach durch diese Euphorie, man will diesen Gewinn wiederholen, ja, aber das funktioniert oft nicht. Und wie du jetzt siehst, jetzt bin ich halt in Minus von den Zahlen, aber in echt, wenn man so überlegt, was habe ich eingezahlt, was habe ich jetzt, bin ich ja immer noch im Plus. Ja, so und nur die Zeit zeigt uns, wo das Ganze hingeht. Aber wie gesagt, ich glaube immer noch an Dash und ich halte meine Position weiter. Wenn das jetzt etwas nach oben geht, ich weiß nicht, was ich dann tun werde. Erstmal muss man so weit kommen, dass Dash wieder dann bei zwei, drei, vierhundert Dollar ist. Ja, das müssen wir jetzt aussitzen. Aber wenn das halt so hoch ist, muss ich dann neu überdenken, ob ich vielleicht etwas Risiko aus meinem Portfolio rausnehme und die Dash-Position kleiner mache. Das weiß ich noch nicht. Erstmal müssen wir warten, bis wir so weit sind und dann schauen wir, was passiert. Ja, Leute, jetzt hast du gesehen, wie viel Dash ich besitze, dass ich diese Dash immer noch halte. Das ist jetzt tagesaktuell. Hier siehst du den grünen Haken. Ja, das ist jetzt kein Screenshot. Ja, das ist alles echt. Ich halte meine Position. Es passiert nichts weiter mit der Position. Diesen Bärenmarkt müssen wir jetzt einfach aussitzen. Einfach stark sein, geduldig sein und nicht verkaufen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, sei geduldig. Die Geduld zahlt sich aus und investiere nicht das letzte Geld, weil sonst kannst du nicht aussitzen. Ja, wenn das Geld jetzt weg ist, dann ist das so. Ja, tut natürlich weh, aber das bricht mir nicht irgendwie das Bein. Ich kann genauso weiterleben. Es passiert nichts. Ja, klar ist es schade um das Geld, aber es würde nichts passieren. So, und deswegen kann ich ganz entspannt aussitzen. Das ist ja nicht mein erster Bärenmarkt. Ich kenne das schon, dass man zwei, vielleicht sogar drei bis vier Jahre sitzen muss und einfach, es passiert nichts. Es fällt täglich irgendwie, ja, täglich kommen negative Nachrichten. Aber du musst stark sein, an dein Investment glauben. Warum, also dir die Frage stellen, warum habe ich in Dash oder in eine andere Position investiert? Ja, was war der Grund? Ja, und dann einfach halten, halten, halten und wenn das nach oben geht, dann verkaufst du ein bisschen was. Und wenn das weiter nach oben geht, verkaufst du wieder was und so weiter. Das habe ich ja schon oft erklärt in meinen Videos. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat dir geholfen und ein bisschen weitergebracht und die Fragen beantwortet. Und nicht vergessen den Kanal abonnieren, das Video liken und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao.